Meine Damen und Herren, Willkommen zurück zu DZ Origins, da unterhalten sich Bruce Penner gerade mit den anderen über Hero Level 2 Blueprints, die wir natürlich auch benötigen, da müssen wir aber einen Ivan töten, wir fahren jetzt zurück, wie machen wir das eigentlich, ja wir gehen einfach mal nach, so looten müssen wir sowieso, das bedeutet wir könnten eigentlich mit den Hubschrauber dann auch wegfliegen, um ein bisschen Waffen zu sammeln, Waffen looten, Level 2 ist check, alles andere ist auch check, wir brauchen nur noch ein Blubwind eigentlich, eigentlich hätten wir da auch bleiben können, auf den Ivan warten können, aber nein, was haben wir gemacht, wir sind weitergefahren, ähm, was geht's denn da überhaupt, Duny, Nobody, viel Glück, so, chat tobt, tobt total, so, was man hier ist, die Tete, Ah ja, wir haben uns gar nicht bedankt für, ähm, das habe ich glaube ich, ich habe mir gar nicht bedankt für den LKW, Ja, der Govron hat uns glaube ich, den, äh, irgendwann, letzte Woche, den LKW ab, ob ich mich, ich weiß gar nicht mal, ob ich der, ob der da, ob ich mich da schon bedankt habe, oder nicht, hier sind wir viel zu lange her, ähm, ja, Ja, LKW kann auch was anderes heißen, könnte auch ein Leberkäs-Dingsbums-Brötchen heißen, hat gut geschmeckt, der LKW, also in Bad Württemberg, er sagt mal Leberkäs-Früstchen, ist er überhaupt da, der Govron? Jo, der ist online, So, Was machen wir jetzt? Wir fahren zurück, und dann, Dann, äh, fliegen wir weiter, wir fliegen dann auf den Flos, mal gucken, Na gut, jetzt ist ja, die Mission ist ja noch nicht da, Eigentlich könnten wir ruhig da los, wegfliegen, Und zwar, Aber wir brauchen auch noch Dingsbums, ähm, Benzin für unseren LKW. So. Hier überfahre ich immer, die Leitplanke, schon Standard, der Weg, der Weg ist einfach unser Standardweg, zwischen Beilow und, äh, Lobovo. So. Schauen wir mal, also. Weil, sind wir da. Daheim. Müssen wir nochmal alle Türen, und so weiter öffnen. Und dann können wir losfliegen. Wo diese Stelle, ja, sie ich, zack. So. So. Der LKW hier steht immer noch da. Der, damals in der ersten Staffel, der Chris und ich hatten, beziehungsweise eigentlich dann ich hatte. Chris hatte ja dann was anderes gehabt. Ich glaube, danach zocke ich mal, wieder, ähm, ein bisschen FIFA, oder, ich muss auch Shadow for the Tomb Raider fertig spielen. Ich habe Spider-Man damals richtig schnell durchgespielt, in einem Rutsch nach fünf Tagen oder so. Und, ähm, Shadow for the Tomb Raider geholt, aber noch nicht durchgespielt. Und da hat es dann ja auch nicht so viele Zuschauer gegeben, weil, oh, ich habe da, übrigens, Spider-Man, da habe ich ja Gameplay-Videos hochgeladen, und da gibt es ein Video, das hat über 1300 Aufrufe gehabt. Und bei einem Abo, äh, Abozahlen von 169 jetzt, da gab es schon so 10 Abo plus, äh, 10 Abos dazu. Wegen Spider-Man denke ich mal, also ich vermute mal, ich bin mir nicht sicher. Wegen Spider-Man und wegen, ähm, den neuesten Videos, denke ich mal, das, habe ich das gesehen, da war irgendwas, oder? Nee. Ich habe jetzt gedacht, da rechts, äh, links bewegt sich was. So, und, äh, ja, wie gesagt, das war schon erfolgreich. Und dann passt, anderen Spider-Man-Videos waren so um die 900 Aufrufe, 500, 400, und da gibt es also schon 6, 7 Videos, die über 400 Aufrufe haben, über 300, eins hatte, wie gesagt, 1300 sogar, eins. Das ist das erfolgreichste Spider-Man-Video, und Tomb Raider, Shadow of a Tomb Raider hat irgendwie, vergabs eins, das hat über 100, und das war es auch schon. Also, äh, da habe ich nicht mehr weitergemacht, da habe ich, außerdem habe ich da zu spät gestartet, dann also nicht gestartet, sondern gemacht, weitergemacht. Und das hat sich halt ausgewirkt, alles verschoben, bringt es auch nichts mehr, was hochzuladen, weil es halt, dann weniger, immer weniger, zuschauen, je länger man wartet, desto weniger zuschauen. Also, da bringt es nichts mehr. So, jetzt kommen wir hier rein, hier habe ich übrigens noch, viel Platz frei, und hier haben wir sogar Holz, habe ich noch, auf Reserve, aber keine Angst, das ist ja nicht das Einzige, was ich noch da habe. Für die erste Stufe reicht es hier, ne, für die ersten zwei Stufen sogar, oder ne, für die erste Stufe. Denn wenn man hier reinschaut, dann haben wir hier einen ganz schönen Vorrat an, Feuerholz und Steinen. Für die Garage, äh, Garage sage ich schon, Hauslevel 2 sollte es fast reichen. LKW ist voll, Full HD, voll halt, meine ich damit. Ähm, vergessen sollte man auch nicht, ah gut, warte mal, jetzt habe ich sowas vergessen. Ähm, nee, wohl eigentlich, nee, vergessen habe ich hier nichts. Na, okay, gut, das Essen nehme ich mal mit. Essen ist immer wichtig. Das ist, MPP-Konvoi, okay. Treblanka. So, ist abgeschlossen. Gehen wir noch mal hier rein. Zack. Zack. Wie gesagt, das ist also, hier habe ich nichts rein getan. Ich habe auch wenig, kaum überhaupt nicht gelootet, die letzten Tage. Ich habe ja nur, die Steine und Holz geholt. War sehr kurz online, 15 bis 30 Minuten online gewesen. Also nichts gemacht, eigentlich. So, und jetzt, habe ich eigentlich einen Binsen, dann kannst du dabei. Shit. Obwohl, einer müsste da liegen, oder? Äh, so, Sollte ich noch jetzt abschließen, zack. Beschlossen ist das jetzt. So, also. Schauen wir mal hier rein, hier. Ausrüstung. Ich wollte gucken, ob ich jetzt Belehrer bin sinken, ist das nur so ein kleiner da. Oh, habe ich in den großen drin, das war ich hier vergessen. Ja, eigentlich habe ich den, glaube ich, im Haus. Bin mir jetzt nicht sicher. Oder? Oder habe ich den im Dings? Hier muss einer sein. Also, hier muss einer sein. Ähm, Benzinkernister, wie ist denn da nochmal der Große da? Großer, ne? Oh, shit. Da ist er doch, da ist er. Da ist er. Na, jetzt wird er verpasst hier. Leerer, großer Wienz, oh, warte, bisschen was können wir hier abstellen, zack. Zickizack. Schon war's das, zack. So. Also, jetzt haben wir alles aktualisiert. Also, jetzt müssen wir aufpassen, was müssen wir nochmal drücken hier. Äh, ich glaube auch, es muss es sein, ne? Bin mir jetzt sicher. Jetzt werden wir gleich erfahren, Leute. So, ich habe vergessen zu markieren. Wow. So. Ist aber ganz schön hier. Ehrlich. Das ist drehen. Genau, wenn ich einschalte, dann kann ich fliegen, glaube ich. Ich will. Das fährt hier wie ein Verrückter los, hier. Ähm, fuhr nach oben, dann wollte ich, ähm, ähm, zack. Und Richtung, oder? So. Zack. Ein. Zack. Und weg hier. Also, Richtung, ähm, Baracken. Soll ich hin? Ich habe dies, diesem, dieses Flugzeug, äh doch, ist mit dem Wortkanone. Hinten ist eine Wortkanone. Äh, Kanone, MG natürlich. Was haben wir hier alles denn? So, das ist ein, 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 das ist ein. Ähm, nobody wurde gekillt. Da war so wahr, nobody und, ähm, ähm, wer war noch dabei, der, ähm, ähm, oder, der Goron gesagt hat, viel Glück. Da muss man aufpassen, dass man hier auf die NPCs nicht treffen. Da, davon, davon ist was gewesen. Das ist ein Flugzeug, oder? Habt ihr das gesehen? Ein Flugzeug. Nein, das ist ein Flugzeug, gar nicht, das ist ja krass gewesen, oder? So. Zicke, zack. Das ging aber ganz schön schnell, du, zacki, zacki. Ah, guckt euch das an, drüben ist eine Base, äh, Leute, guckt euch das an, da ist eine Base. Und da. Nice, okay. So ist es also hier. Komm, zurück ins Sauno. Okay. Outlook. So. So, dann würde ich sagen, wir machen hier einen Cut und sehen uns gleich und sehen uns gleich in der nächsten Folge, gleich weiß ich nicht, aber bis zum nächsten Mal, tschüss. So, jetzt machen wir hier. Scheiße, die pute. So, jetzt machen wir hier. So, jetzt machen wir hier. So, jetzt machen wir hier.